Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser kurzen News. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du da bist. Vor ein paar Stunden hat Publisher Playware seinen neuen Simulator angekündigt. Dabei handelt es sich um Railsim 2021. Was euch erwartet, erfahrt ihr jetzt hier in den News. Der Publisher Playware hat gerade den neuen Simulator Railsim 2021 angekündigt. Dabei handelt es sich um eine neue Zug-Simulation, die gegen Train Simulator 2021, Train Sim World 2 und Susi 3 konkurrieren möchte. Der Publisher Playware, der aktuell Hausflipper und K-Mechanik-Simulator und zuletzt den Cooking Simulator publiziert, ist noch nicht gerade für Realismus bekannt. Die Engine, auf der der Simulator basiert, ist die Unity-Engine, die genau wie die Unreal Engine nicht gerade sehr beliebt bei Modern ist. Somit können wir stark davon ausgehen, dass es hier keine Morning-Möglichkeiten geben wird. Ein Drohs-Pflaster ist aber der Multiplayer-Modus, der aktuell in allen Simulatoren fehlt. So könnt ihr mit Freunden zusammenfahren, euch miteinander kommunizieren, aber auch einfach das Stellwerk besitzen. Was es kosten soll, ist aktuell noch nicht bekannt. Geht man aber von den aktuellen Preisen aus, könnte der neue Simulator zwischen 20 bis 30 Euro kosten. Dies ist aktuell aber noch nicht bestätigt. Auch ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt, nur dass es im Q3 2021 erscheinen soll. Ihr könnt euch den Simulator schon auf der Wunschliste packen, auch hier gab es einiges zu lesen. So schrieb Playware für sein Produkt, Simrail ist eine neue Ära der Eisenbahn-Simulatoren. Realistische Fahrphysik, die auf geodätischen Daten basierende Umgebung und ein umfangreicher Mehrspielermodus sind nur einige der Elemente, die das Spiel enthält. Mach mit und besuchen Sie etwa 500 Kilometer echte Routen, die mit allen Details erstellt wurden. Wählen Sie die heutigen europäischen Hochgeschwindigkeits-, Fern- und Vorortgleise oder reisen Sie in die Zeit von 1980 zurück und fahren Sie mit dem Dampfzug der Sandbahn von Oberschlesien, Polen, dem sozialistischen Land der Kohle und des Stahls. Übernimmt die Kontrolle über einen Zug von verschiedenen Epochen und Fahrsicherheit pünktlich zur Endstation. Die meisten gängigen Dampf-, Diesel- und Elektrofahrzeuge verwenden eine realistische Physik, die auf Technologien basiert, die bisher nur in professionellen Simulatoren für die Ausbildung von Fahrern bekannt waren. Signalfelde eingeben und Zugverteiler werden, kümmere dich um deinen Bahnhof, bereite den Weg für den Zug vor und beachte dabei die Regeln und den Zeitplan. Verwenden Sie Geräte aus verschiedenen Epochen, aber denken Sie daran, dass etwas kaputt gehen kann. Viel Spaß im Mehrspieler-Modus und kooperiere mit Spielern aus der ganzen Welt als Lokführer oder Dispatcher mit Echtzeitwetter und Kommunikation. Übernehmen Sie den ausgewählten Zug oder die ausgewählte Signalbox und starten Sie ein Abenteuer, das in anderen Schienensimulatoren noch nie dagewesen ist. Es ist unsere Antwort auf die Erwartungen der Spieler. Die Qualität der Grafiken dank der Verwendung der Unity Game Engine können Sie sich in der virtuellen Welt verlieren. Das Gras und die Bäume, die sich bewegen, hängen vom Wind, dem dynamischen Wettersystem mit Pfützen und Schneeverwegung und der lebenden Welt mit animierten Passagieren ab, die mit der Randomisierung von Szenarien verbunden sind. Ihr könnt euch den neuen Simulator, wie gesagt, auf die Wunschliste packen, allerdings noch nicht vorbestellen. Ich packe euch das vollständige Video unten nochmal in die Videobeschreibung mit rein, da könnt ihr euch das Ganze hier nochmal in Ruhe angucken. Werdet ihr euch die neuen Simulator kaufen oder wartet ihr lieber ab? Lasst gerne einen Kommentar da, wenn euch das Video gefallen hat, denn würde ich mich sehr über einen Like freuen. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen zu der richtigen ÖPNV News. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich, sage Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.